Musik 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 Heute mit diesem ganz verrückten Menschen hier, dem Jakob Peschmedes, dem Herrn Nordmann. Und der hat mich heute mal besucht, der studiert in Göttingen. Was studierst du? Ich studiere Sport und ein bisschen Politik. Ein bisschen Politik, das ist gut auf jeden Fall. Sportpolitik. Absolut überwiegend. So ist gut. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute mal so ein kleines, relativ rückenlastiges Strongman Workout. Machen wir so? Machen wir so. Und wir werfen uns jetzt auf mit 90 Sekunden Slam Ball. Man könnte auch sagen Atlas Ball, dafür ist es eigentlich ein bisschen zu klein. Und den werden wir jetzt ein bisschen über das Joke werfen. Und wie das aussieht, seht ihr gleich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020